Miau! Zieh nicht weg. Nie wechseln, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Tante Elisabeth, du blutest. Du hast viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Ist viel zu leicht, dich zu leben. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm doch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. Jetzt bist du also seit zwei Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Eheleute. Ich bin schadbar. Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen das unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren. Als Mozart 30 war... ...war tot. Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Fast niemand mag ein Foto von sich. Aber jeder soll ein Gemälde mögen. Wie viele in seiner Generation verabschieden sich vom biografischen Ansatz in der Kunst. Und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Das ist das der Grund. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020